Man schmeißt einfach einen Maiskolben in die Pfanne, ein bisschen Öl drüber, ein bisschen Salz drauf und dann hin und her wenden, okay man kennt's und dann Deckel drauf und auf einmal soll richtig viel Popcorn drin sein? Nein, das glaube ich nicht, das kann ich nicht glauben Leute, aber ich werde es ausprobieren, ob das wirklich funktioniert. Hier habe ich den Mais, Öl oder etwas Salz, jetzt machen wir den Herd an, die Pfanne an und dann schauen wir mal, ob das auch wirklich funktioniert. Also wie gesagt, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, kurz der Check, ob der Mais hier auch reinpasst, ah der passt gerade so rein, perfekt, aber wir sehen es ja dann. In dem Clip wurde das zwar nicht gemacht, aber ich mache es, ich denke es ist auf jeden Fall besser, wenn etwas Öl am Pfannenboden schon vorher ist, bevor ich da den Maiskolben drauflege. Also wie gesagt, hier ist der Maiskolben wirklich frisch, er ist halt auch noch, ja es ist ja kein trockener Mais, deswegen, wenn es funktionieren würde, wäre es auf jeden Fall revolutionär, würde ich sagen, weil dann könnte man einfach so easy Maiskolben kaufen, in die Pfanne rein, Popcorn fertig. Aber ich kann es mir, wie gesagt, nicht so richtig vorstellen, aber wäre, wäre auf jeden Fall wild und ich wäre sehr überrascht, wenn es funktionieren würde. Ich schenke jetzt hier mal kurz das Öl ein bisschen rum, langsam wird es heiß. So, ich denke, den Kolben kann ich da jetzt reinlegen und jetzt kommt hier Öl drüber, aber man hört ihn schon braten, so und dann etwas Salz und ich meine, das Grünzeug, das wurde ja nicht weggemacht, wurde ja draufgelassen und jetzt soll einfach nur noch der Deckel drauf und dann lassen wir das braten, beziehungsweise wenden es gleich noch kurz und dann soll der da posten. Popcorn rauskommen und wir können es alle dann perfekt sehen, weil ich habe ja extra einen durchsichtigen Deckel genommen. Man hört auf jeden Fall knistern, wenn was poppen würde, könnte, aber es ist tatsächlich nur, oh mein Gott, ich merke schon, das wird, oh das riecht schon, das riecht schon extrem, da muss ich die Lüftung hier gleich anmachen, weil sonst, sonst geht das Ganze nicht. Dann hauen wir hier mal rein, die Lüftung, sonst stinkt ja am Ende die ganze Küche, aber Leute, guckt euch an. Das ist wie gesagt Grünzeug, was ich hier brate und dann soll innen drin der Mais aufpoppen und dann das Grünzeug einfach nur noch so nebendran liegen. Ich drehe den Mais jetzt nochmal um, weil das Licht etwas verbrannt und man sieht auch schon, ihr seht es hier, der Mais hier, der wird leicht braun, aber bisher poppt nichts. Also ich glaube, ich tue halt echt nur das Grünzeug anbraten, keine Ahnung, also ich habe halt echt Schiss, dass wir die ganzen Kolben nur verbrennen und am Ende eine Riesensauerei haben. Also Leute, die ganze Küche stinkt, ich habe auf die Seite gestellt, der Abzug hier zieht ordentlich rein, ich lasse es jetzt abkühlen und dann schneiden wir den trotzdem mal auf und schauen, wie er jetzt überhaupt innen drin aussieht. Was soll ich sagen, wir haben jetzt hier gesalzenen, gebratenen Mais, aber kein Popcorn. Ich schneide jetzt, wie gesagt, trotzdem mal auf, das stellt euch noch ein bisschen warm. Ich nehme jetzt einfach den Lappen dazu, den essen wir eh nicht und ja, man zieht innen drin, ich hebe es kurz hoch, dass ihr das auch gut seht. Es ist einfach rein, gar nichts passiert, also habe ich mir schon falsch gedacht, dass es nicht funktioniert, weil Popcorn-Mais muss ja trocken sein und der ist natürlich viel zu feucht dafür. Deswegen braucht ihr nicht ausprobieren, funktioniert auf keinen Fall, die Küche stinkt am Ende nur.